Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Mein Name ist Bettina Gastecker und ich bin im Bundesministerium für Finanzen tätig und arbeite dort in den Bereichen Ausweisplattform und ID Austria. Ich möchte Ihnen heute etwas über die ID Austria erzählen und in weiterer Folge dann einen kurzen Überblick geben über die Ausweisplattform des Bundes als Anwendung der ID Austria. Zu Beginn möchte ich einmal kurz den Unterschied zwischen ID Austria und E-Ausweise erklären. Bei der ID Austria handelt es sich um eine sichere digitale Identität, die für die Anmeldung an Online-Services und mobilen Apps verwendet werden kann. Bei den E-Ausweisen handelt es sich um sichere digitale Ausweise, die für den Nachweis gegenüber Personen und Geräten verwendet werden können. Basierend auf dem Bürgerkartenkonzept war die Handysignatur eine gute Ausgangslage. Jedoch bedurfte dies einer Weiterentwicklung und daher wurde die ID Austria entwickelt. Das Grundkonzept ist, dass die Daten aus den Registern geladen werden, dass sie akkrediert werden, dass sie authentifiziert und autorisiert werden und dass sie sich bei verschiedensten Anwendungen damit anmelden können. Österreich hat mit 2009 die Einführung der Handysignatur damit einen ersten Meilenstein in der mobilen digitalen Identität gesetzt. Mit der ID Austria kam es zu einer Weiterentwicklung, dass dies ein sicherer staatlicher elektronischer Identitätsnachweis wurde, der europaweite Anerkennung nach der EIDES-Verordnung als einziges nationales elektronisches Identitätssystem in Österreich bekam. Zusätzlich wurde die digitale Identität noch um aktuelle Attribute wie zum Beispiel die Adresse oder das Lichtbild erweitert. Die ID Austria entspricht höchstmöglichen Sicherheits- und Datenschutzanforderungen und schränkt Angriffe von Cybercrime ein. Mit der ID Austria hat man die Möglichkeit endlose Anwendungen zu bedienen. Man kann zum Beispiel digitale Behördenservice und Amtswege damit erledigen, Dokumente elektronisch signieren, der elektronische Post-App verwenden, Unternehmensanwendungen oder digitale Ausweise benutzen oder eben die Möglichkeit des Single Sign-Ons verwenden. Allgemein kann man sagen, dass die ID Austria der elektronische Identitätsnachweis ist. Es ist die österreichische Umsetzung des europäischen EIDES-Systems und eine Registrierung mit der ID Austria ist ausschließlich bei einer Behörde mit persönlichen Erscheinen möglich. Das heißt, man muss zum Beispiel ein Passamt, die Landespolizeidirektion oder das Finanzamt aufsuchen. Mit der ID Austria hat man die Möglichkeit, digitale Signaturen von Dokumenten zu vollführen, sich bei verschiedensten Online-Services oder mobilen Apps mit einer gesicherten staatlichen Identität anmelden oder hat diverse Attribute aus den Registern der Verwaltung zusätzlich zur Identität auszuliefern. Seit 05.12. hat die ID Austria die Handysignatur vollständig abgelöst. Mit der ID Austria hat man eine staatlich bestätigte digitale Identität zur sicheren Identifizierung bei Transaktionen. Man kann aktuelle Identitätsdaten bestätigt nutzen und es können nur akkreditierte Dienstleister als Empfänger diese erhalten. Die Daten sind fälschungssicher für Unternehmen und es ist nur eine Anmeldeidentität für viele Anwendungen notwendig. Wenn man sich nun mit der ID Austria bei einem Webservice anmelden möchte und dieses Service nutzt die ID Austria zur Authentifizierung, wird der oder die Nutzerin an die ID Austria weitergeleitet. Die ID Austria startet dann die Authentifizierung der Nutzerin oder des Nutzers und dieser meldet sich bei der ID Austria an und gibt sein Einverständnis zur Datenverarbeitung. Danach werden die Daten von der ID Austria an das System des Service Providers übermittelt. Das Service erhält die Daten und kann den Nutzer damit identifizieren. Danach kann der Nutzer oder die Nutzerin das Service verwenden. Wenn man sich das nun im Web ansieht, ist es so, dass der Nutzer eine Anmeldung bei einem Service Provider initiiert. Danach wird man über die ID Austria und ein Einverständnis zur Datenverarbeitung aufgerufen. Der Nutzer meldet sich dann mit Benutzername und Passwort an und bestätigt die Anmeldung mit zweiten Faktor. Das kann zum Beispiel mit der App Digitales Amt sein oder eben mit einem FIDO Sicherheitsschlüssel. Danach ist man beim Service angemeldet und man kann die Daten und die Services des Anbieters nutzen. Am Handy funktioniert das ähnlich. Hierbei wird auch die Anmeldung auf der Webseite des Service Providers initiiert. Man wird automatisch in die App Digitales Amt weitergeleitet. Wenn der Nutzer dort bereits angemeldet ist, gibt er sein Einverständnis zur Verarbeitung der ID Austria Daten und bestätigt dies via Biometrie. Danach ist man auch dort beim Service Provider angemeldet. Technisch sieht das so aus, dass die App Digitales Amt das User Interface der ID Austria ist. Hier passiert auch die biometrische Freigabe der Signatur und die Anzeige des Consents. Das ID Austria System bestimmt den Bürger, lädt die Registerdaten, signiert alle Daten mit dem Bürger mit Signaturzertifikat und übermittelt signierte Daten an den Service Provider. Das Online Service selbst nimmt die digitale Identität der Anmeldung des Bürgers entgegen. Technisch funktioniert es so, dass der Bürger oder die Bürgerin mit der Registrierung zur ID Austria ein persönliches Signaturzertifikat zugeordnet bekommt. Dieses befindet sich in einem zertifizierten Hardware-Sicherheitsmodul in einem Rechenzentrum und nicht am Mobilgerät. Die App Digitales Amt dient zur Authentifizierung und damit zur Freigabe der Signatur durch die Bürgerinnen, wie auch zur Anzeige von Consent-Informationen. Die Anmeldung erfolgt technisch auf Basis der Protokolle Sammel oder OpenID Connect, wobei das ID Austria System als Identity Provider und das Online Service als Service Provider dient. Folgende Daten werden eben dann für den Bürger übergeben und zwar ist es das Minimal Dataset. Das besteht aus Vornamen, Nachnamen und Geburtsdatum. Bei privaten Service Providern ist es auch möglich, dass hier weniger übermittelt wird. Dann wird noch das bereichsspezifische Personenkennzeichen als eindeutiger Identifier der Person übermittelt und es besteht auch die Möglichkeit, dass weitere Attribute aus Registern der Verwaltung angegeben werden. Die Anbindung erfolgt technisch über den Register- und Systemverbund und die Services der ID Austria sind für die Nutzerinnen und Nutzer kostenlos. Mit Dezember 2023 nutzten rund 3,8 Millionen Österreicherinnen und Österreicher das ID Austria System. Davon waren ca. 1,1 Millionen Nutzerinnen mit Vollfunktionalität und ca. 2,7 Millionen Nutzer mit Basisfunktion. Rund 427.000 Userinnen haben bereits den digitalen Führerschein auf ihren Mobiltelefon geladen und aktuell nutzen 73 private und 429 öffentliche Service Provider das EDA Produktivsystem. Zu den privaten Service Providern zählen z.B. Unternehmen aus den Branchen von Versicherungen, Telekommunikation, Logistik und Gesundheit. Das ID Austria Test System wird aktuell von 165 privaten und 181 öffentlichen Service Providern genutzt und derzeit laufen über 500 ID Austria Anwendungen vorwiegend im E-Government Bereich. Auf EU-Ebene ist die ID Austria die erste mobile E-ID, bei der das E-IDAS Sicherheitsniveau hoch vorbehaltlos akzeptiert wurde. Derzeit laufen auch Vorbereitungen für künftige europäische Entwicklungen der E-IDAS 2.0, wie etwa das Large Scale Pilot oder das EU Wallet. Auch Kommunikationsmaßnahmen zum Umstieg von der Handy-Signatur auf ID Austria sind im Laufen. Zusätzlich werden Attribute für die ID Austria schrittweise freigeschaltet. Auch laufen derzeit wieder Stakeholder-Gespräche. Alle Online-Services, die eine ID Austria Anmeldung nutzen wollen, müssen sich beim BMI registrieren. Hierbei müssen zuerst alle notwendigen technischen Parameter bekannt gegeben werden und wenn Zusatzattribute verlangt sind, erfolgt eine fachliche Prüfung durch das BMI auf deren Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit. Services der Verwaltung registrieren sich über eine Anwendung im Portalverbund und hier werden die Benutzer lediglich über die Zusatzattribute informiert. Bei den Services der Wirtschaft läuft die Registrierung über eine Anwendung im Unternehmens-Serviceportal und die Benutzer müssen bei der Anmeldung der einen Content für die Attribute geben. Für die Anwendungen an das ID Austria System sind Informationen für Service Provider auf der EGIT-Seite zu finden. Das ID Austria System verfügt über zwei Stages, ein offizielles Testsystem und ein offizielles Produktivsystem. Eine Teilnahme für private Service Provider als Friendly User ist aktuell in der Testumgebung auch möglich. Register der Verwaltung können an das ID Austria System angebunden werden und die enthaltenen Attribute können dann im Rahmen einer ID Austria Anmeldung an den Service Provider übergeben werden. Die Anbindung erfolgt technisch über den Register und Systemverbund. Die Voraussetzungen für die Anbindung eines Registers sind, dass dieses BBK ausgestattet ist und das Register die RSV Data Provider Schnittstelle implementiert oder es über einen Adapter angebunden wird. Es gibt derzeit eine Menge neuer Attribute. Ursprünglich bestand die ID Austria nur aus diesen Basisdaten, diesem Minimum Data Set, welches Familienname, Vorname, Geburtsdatum und einen Identifier beinhaltet hat. Neu hinzugekommen sind dieses Jahr das Lichtbild, die Attributsgruppe für weitere Personendaten wie das Geschlecht oder Unterschriftsbild, die Altersgruppe der Älter-als-Attribute, die Meldeadresse und weitere Merkmale wie der Zulassungsschein. Weitere geplante Attribute sind noch die Reisepassdaten oder Personalausweisdaten, die Staatsangehörigkeit oder der Familienstand. Um die ID Austria nutzen zu können, benötigt man ein Smartphone. Hierfür wird bei Android die Betriebssystemversion Android 8 für die Touch-ID oder die Android 10 für die Face-ID oder höher benötigt. Weiters benötigt man bei iOS die Version 14 oder höher. Zusätzlich muss am Smartphone noch die Web-Digitales Amt installiert werden und Biometrie wie Fingerabdruck oder Gesichtserkennung muss aktiviert sein. Es ist auch derzeit geplant, dass man eine Alternative für die biometrische Anmeldefaktoren hat. Dies wird infolge eines Geräte-Pins herauskommen. Möchte man kein Smartphone benutzen, hat man alternativ auf die Möglichkeit, einen FIDO-Token als zweiten Faktor zu verwenden. Nun möchte ich näher auf die Ausweisplattform des Bundes eingehen. Ein digitaler Ausweis ist ein kryptographisch signiertes Set von Attributen. Die Daten werden verschlüsselt in einer App auf einem Mobilgerät gespeichert und müssen auch immer über einen elektronischen Prozess geprüft werden. Das heißt, dass eine reine Verwendung als Sichtausweis nicht vorgesehen ist. Für die Bürgerinnen und Bürger steht die App E-Ausweise für digitale Ausweise der Verwaltung zur Verfügung. Die App E-Ausweise basiert auf der digitalen Identität der ID Austria und die digitalen Ausweise können von anderen Bürgerinnen und Bürgern sowie von Unternehmen oder Organen der Verwaltung wie etwa der Polizei überprüft werden. Die Ausweisplattform selbst ist eine Serveranwendung im Bundesrechenzentrum. Hier werden die Ausweise geladen und es erfolgt keine Speicherung der Ausweisdaten. Es werden hier nur Metainformationen gespeichert. Die E-Ausweise-App am Handy dient zum Laden, Herzeigen und Überprüfen von anderen Aus- und Nachweisen. Außerdem werden die Ausweise verschlüsselt in der App gespeichert. Für die Anmeldung der E-Ausweise-App und der Ausweisplattform benötigt man die ID Austria. Die staatlichen Ausweisquellen werden von der ID Austria aus den staatlichen Registern geladen. Im österreichischen E-Garment werden bereichsspezifische Personenkennzeichen als datenschutzkonforme Identifier von Bürgerinnen verwendet. Die Anmeldung mit der ID Austria liefert der Ausweisplattform die benötigten BBKs, um die Bürgerinnen Daten eindeutig aus den Registern laden zu können. Wie kommt nun der Ausweis auf mein Handy? Zuerst muss man sich mit der App E-Ausweise mit der ID Austria anmelden. Danach kann man den gewünschten Ausweis auswählen und die Daten werden von der Ausweisplattform mit Hilfe der ID Austria aus den entsprechenden Registern geladen. Die Daten selbst werden von der Plattform aufbereitet und in einem zertifizierten Hardware-Sicherheitsmodul gespeichert und in die App geladen und am Mobilgerät verschlüsselt gespeichert. Die gesamten Ausweise werden, wie bereits erwähnt, verschlüsselt am Handy des Bürgers gespeichert und nur die E-Ausweise-App kann nach biometrischer Freigabe die Daten entschlüsseln. Die Ausweisplattform selbst speichert nur die Metainformationen, das heißt, es wird nur gespeichert, welche Bürger welche Ausnahme und Nachweise aufs Handy geladen haben. Die Daten selbst sind in den Registern gespeichert. Ich möchte nun kurz den Altersnachweis vorstellen. Dies ist der erste digitale Nachweis ohne Pendant in der analogen Welt. Für den größtmöglichen Schutz der persönlichen Daten setzt der digitale Altersnachweis bewusst auf minimalen Datentransfer. Das heißt, die prüfende Person sieht hier nur das Lichtbild, den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung und ob das notwendige Alter erreicht wurde. Name und Geburtsdatum werden hier nicht übermittelt, sondern eben nur die hier genannten Altersstufen. Um den Altersnachweis laden zu können, müssen einige Vorbedingungen erfüllt sein. So muss der Bürger die aktive ID Austria Full besitzen, er muss die App E-Ausweise aktiviert haben und auch die digitale Amts-App am gleichen Gerät aktiviert haben. Dann müssen noch die Nutzungsbedingungen von den E-Ausweisen sowie jenen des digitalen Altersnachweis zugestimmt werden. Wird nun der Altersnachweis geladen, wählt der Bürger eben diesen zum Laden auf seinem Gerät aus. Danach springt er in die digitale Amt-App und führt eine ID Austria-Anmeldung durch. Die Ausweisplattform lädt die Altersnachweisdaten. Das sind das Minimal-Dataset und die Altersstufen. Diese kommen aus dem zentralen Melderegister oder aus dem Ergänzungsregister natürlicher Personen. Das Lichtbild wird aus dem Identitätsregister bezogen. Danach werden zwei Anwendungsfälle in der App angelegt und zwar kann man das Alter nachweisen oder die Altersnachweisdaten anzeigen. Möchte man diesen nun offline überprüfen, gibt es eine ISO-Überprüfungsmöglichkeit und zwar präsentiert der Bürger den QR-Code. Dieser enthält einen Device-Engagement-Code und der Überprüfer fotografiert dann den QR-Code ab und das Mobilgerät baut mithilfe des Device-Engagement-Codes eine verschlüsselte Verbindung über Bluetooth Low Energy mit dem Gerät des Bürgers auf. Die Daten werden vom Gerät des Bürgers zum Gerät des Überprüfers übertragen, verifiziert und dort angezeigt. Wichtig ist hier eben, dass die Daten direkt vom Mobilgerät zum Mobilgerät übertragen werden und eine vorherige Online-Aktualisierung der Daten ist zwar möglich und sinnvoll, aber es ist nicht notwendig. Die Überprüfung kann dann durch alle Bürger mittels der E-Ausweise-App oder eben der anonymen E-Ausweise-Check-App vorgenommen werden. Ich habe das hier noch bildlich dargestellt, wie diese Überprüfung abläuft und zwar startet eben der Bürger zuerst die App und wählt Alter nachweisen aus und in der App wird dann der QR-Code mit dem Einmal-Token erzeugt. Der Prüfer startet ebenfalls die Prüf-App und wählt die Funktion Altersberechtigung prüfen aus und er scannt den QR-Code. Mit dem Einmal-Token im QR-Code wird dann eine verschlüsselte Bluetooth-Verbindung zwischen den Geräten aufgebaut und die Altersnachweisdaten werden zum Prüfer Handy übertragen. Danach sind die Daten geprüft und werden angezeigt. Am Handy sieht das nun folgendermaßen aus. Ich öffne die App E-Ausweise und kann hier dann den Use-Case mein Alter nachweisen auswählen. Es wird dann der QR-Code generiert und ich muss dann vor der Übermittlung noch Zustimmung, ob ich meine Daten übertragen werde. In diesem Fall wird eben die Altersfreigabe, ob ich 18 Jahre oder älter bin, abgefragt und mein Lichtbild wird noch übermittelt. Wenn ich ihr zustimme, erhält der Prüfer die Daten und sieht dann eben, dass die abgefragte Person über 18 ist und noch ein Foto, um zu überprüfen, ob es die Person ist, die vor ihm steht. Damit ist die Prüfung abgeschlossen. Als nächsten Ausweis möchte ich noch den Zulassungsschein kurz vorstellen. Auch hier gibt es einige Vorbedingungen, wenn man diesen auf sein Handy laden möchte. Der Bürger muss einerseits eine aktive ID Austria mit Vollfunktion oder ein IAD eines EU-Landes besitzen und er muss die App E-Ausweise und die digitale Amts-App vom gleichen Gerät aktiviert haben. Zusätzlich muss er über einen in Österreich registrierten Zulassungsschein besitzen. Er kann die Zulassung eben auf den Bürger persönlich ausgestellt werden oder er kann auch in einer Besitzgemeinschaft sein. Als nächstes muss noch den Nutzungsbedingungen von E-Ausweise sowie jenen des digitalen Zulassungsscheins zugestimmt werden. Um den Zulassungsschein zu laden, muss man eben auf seinem Gerät laden auswählen. Man springt dann in die digitale Amts-App und führt eine ID Austria-Anmeldung durch. Die Ausweisplattform lädt dann die Zulassungsdaten aus dem Grafzerzeugzentralregister und es werden zwei Anwendungsfälle in der App angelegt. Zum einen die Verkehrskontrolle und zum anderen die Anzeige der Zulassungsscheindaten. Die Zulassungsscheindaten werden entsprechend ISO 180135 signiert und verschlüsselt am Mobilgerät gespeichert. In der Ausweisplattform werden wieder nur die Meta-Informationen gespeichert und die Daten können bis zu zwölf Monate lang offline gespeichert und verwendet werden. Nach Ablauf der zwölf Monate müssen die Daten im Rahmen einer ID Austria-Anmeldung neu geladen werden. Gerät man nun in einer Verkehrskontrolle, kann man diese mit dem digitalen Zulassungsschein abhalten. Der Bürger wählt hier den Anwendungsfall Verkehrskontrolle aus und fügt einen Führerschein oder und einen Zulassungsschein zur Verkehrskontrolle hinzu. Das heißt, ich kann entweder nur den Führerschein oder nur den Zulassungsschein oder zukünftig dann auch beides herzeigen. Der Bürger zeigt dem Polizisten den erstellten QR-Code, der sein VBBK, das ist ein bereichsspezifisches Personenkennzeichen, welches verschlüsselt ist, enthält. Und der Polizist scannt dann den QR-Code und lädt den Führerschein oder die Zulassungsschein Daten mit dem mit der VBBK des Bürgers direkt aus dem Führerschein oder dem Kraftfahrzeugzentralregister auf sein Diensthände. Die Verkehrskontrolle kann sowohl von der Polizei als auch von den Gemeindewachkörpern mit den jeweiligen Dienstabs durchgeführt werden. Im QR-Code selbst ist in das verschlüsselte bereichsspezifische Personenkennzeichen der Timestamp und eine Signatur enthalten. Das VBBK dient zum Laden der Zulassungsschein Daten und der Timestamp und Signatur verhindern ein wiederverwendendes QR-Code. Hier habe ich das noch mal bildlich dargestellt und zwar startet eben der Bürger die E-Ausweise-App und wählt die Verkehrskontrolle aus. Er fügt seinen Führerschein oder und seinen Zulassungsschein zur Verkehrskontrolle hinzu und die App bezeugt dann den Code. Der Polizist startet ebenfalls die Überprüfung in seiner Überprüfungs-App und scannt den Code ab und die Führerscheindaten oder eben die Zulassungsscheindaten werden dann mittels der VBBK direkt aus der übergebenen ID aus dem Führerscheinregister oder dem Kraftfahrzeugsregister geladen. Ich habe hier noch einen Systemüberblick wie dieses wie das Gesamtsystem aussieht und zwar ist eben für das Vorweisen gibt es zwei Apps dafür benötigt man einerseits die digitale Amts-App und die E-Ausweise-App, die dann in weiterer Folge auf die Ausweisplattform und die Register zurückgreift. Für die Kontrolle gibt es auch mehrere Möglichkeiten und zwar können Bürger mit der E-Ausweise-Check-App diese kontrollieren. Gemeindewachkörper und Bundespolizei haben ihre eigenen Apps, die dann auf die jeweiligen Register zugreifen können. Die Check-App ist nur für die Offline-Kontrolle der Daten zu verwendet. Das BMF betreibt die Ausweisplattform bzw. die Apps E-Ausweise und E-Ausweise Check-App und stellt diese auf einer Plattform zur Verfügung. Weitere Aus- und Nachweise können über den sogenannten Register und Systemverbund angebringten werden. Die Eigentümer bzw. Verantwortlichen des jeweiligen Registers sind für die fachlichen und logistischen Klärungen und Umsetzungen zum Einsatz des digitalen Aus- oder Nachweises zuständig. Auch die Anpassung und Anbindung des Register- und Systemverbunds sowie die Abstimmung mit den übergeordneten Kontrollorganen und Klärung der digitalen Prüfung sowie die Rollout-Tätigkeiten abliegen den Verantwortlichen und Eigentümern der Register. Aktuell bearbeiten wir die Themen digitaler Anpassungsschein. Weiters wird noch an der digitalen Nachweis der Identität gearbeitet und an technischen Weiterentwicklungen der Ausweisplattform. Ich habe noch einen kurzen Überblick, wie es weitergehen soll. Derzeit ist eben nur eine Ausweisung gegenüber einer Person mit Mobiltelefon als Prüfgerät möglich. Wir sind aber dabei zu konzipieren, dass es möglich ist, sich auch gegenüber einer anderen Person oder einer Maschine mit Weiterverwendung der Daten in einem IT-System zu verwenden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie Fragen haben, können Sie mich gerne unter der unten stehenden Adresse kontaktieren.